Im Laufe der Jahre habe ich so viele verschiedene Dinge gemacht, aber nie das hier. Erzähler eines Dokumentarfilms. Wir alle sind der Pionierarbeit von Jacques Cousteau verpflichtet. In gewisser Weise sind moderne Taucher alle seine Kinder. Als ich die Bilder sah, wusste ich sofort, es ist ein visuelles Feuerwerk. Wir können heute Wunder bestaunen, die noch nie zuvor gesehen wurden. Und natürlich wollen wir diese beschützen. Sie werden sich in den Ozean verlieben und eine völlig neue Welt entdecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020